Bist du aufgeregt? Warst du es? Vor deinem Test? Nein, ich hatte Todesangst. Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben, wenn jeder seinen rechtmäßigen Platz einnimmt. Sie werden heute an einem Test teilnehmen, der Ihnen helfen wird zu erkennen, wer Sie wirklich sind. Und die Zukunft gehört denen, die wissen, wo sie hingehören. Bist du bereit? Das ist alles nicht real. Deine Ergebnisse waren nicht eindeutig. Das sollte mir doch sagen, was ich tun soll. Der Test sollte mir doch helfen. Der Test hat bei dir nicht funktioniert. Du bist eine Unbestimmte. Du darfst nie zulassen, dass sie das erfahren. Sie beobachten alles. Du musst dich dort verstecken, wo sie dich niemals vermuten würden. Willkommen bei den Ferox. Unser Training hat zwei Stufen. Die erste zielt auf den Körper und bringt euch an die Grenze eurer Belastbarkeit. So wirst du niemals gewinnen. Gut zu wissen. Halt hier mehr die Spannung, okay? Die zweite auf den Geist. Stell dich deinen schlimmsten Ängsten und überwinde sie. Es war ein Fehler, sich für die Ferox zu entscheiden. Sie werden es rausfinden. Ich weiß, was du bist. Es ist lange her, dass ich jemandem vertrauen konnte. Ich will nicht bloß eines sein. Ich will mutig, selbstlos, klug, freundlich und ehrlich sein. Wenn du überleben willst, dann folge mir. Unbestimmte bedrohende Systeme. Es ist erst wieder sicher, wenn sie entfernt wurden. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ich bin bereit.